Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Speak No Evil. Wir kennen das vielleicht, beim Spülmittel gibt es Villariba und Villabajo, im Fußball gibt es Schalke und Dortmund und im Filmbereich gibt es die Frage, was ist besser, das Original oder das Remake. Um das zu entscheiden, muss man aber auch beide Filme kennen und ich will ehrlich sein, mein heutiger Gast, der Rino, ich weiß gar nicht, Rino, hast du das Original, also den Original Speak No Evil von 2022, hast du den gesehen? Denkst du echt, ich komme hierher, in diesem professionellen Podcast hier und gebe mir die Blöße, unvorbereitet und ohne Hausaufgaben gemacht, hierher zu kommen und einfach blind irgendeinen Film zu gucken, von dem ich noch nie gehört habe. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber heute nicht. Ja, ich habe es Original gesehen vorher, nicht damals, als es rauskam oder so, sondern wirklich jetzt als Vorbereitung auf den Film hier am Abend vorher. Wow, okay, dann erstmal Chapeau, mein Lieber, ich dachte wirklich, dass wir es jetzt so aufzäuben, dass ich derjenige bin, der halt sagt so, ja, es stimmt schon ein Remake hier und da, aber das Original macht es so, aber dann haben wir jetzt quasi zwei Leute, die das Original kennen, wie auch das Remake und dann gleich mal an dich die ganz unverschämte Frage, wie fandest du das Original, ohne zu spoilern? Ohne zu spoilern, das Original hat schon echt was mit mir gemacht. Da saß ich nachher auf dem Sofa und hab gedacht, okay, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Und war mir auch relativ schnell klar, du Film kommst auf die Liste der Filme, die ich so schnell nicht noch ein zweites Mal gucke, außer natürlich jemand macht ihn einfach nochmal neu, dann, dann habe ich keine Wahl im Prinzip. Aber, na, der war schon, der war schon heftig. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber, aber der war auch, da stellte sich bei mir tatsächlich auch die Frage, ist das jetzt schon zu, zu trostlos und dunkel und böse irgendwie? Und dann habe ich aber noch ein bisschen drüber nachgedacht und können wir später nochmal ein bisschen drüber reden, was, ne, man kann ja dann da vielleicht, wenn man da anfängt, Sachen rein zu interpretieren, dann wird er eben doch irgendwie wieder, gewinnt der, finde ich, so ein bisschen um eine Ebene. Und, und dann fand ich ihn dann wieder ziemlich gut. Also, Original hat mir sehr gut gefallen. Okay, ähm, ich hab mit dem Original ein paar Problemchen, nenn ich's mal, aber es ist für mich auch unbestreitbar, also, das Ende sitzt. Ja. Also, wer nach dem Ende sich dann so auf cool tut und sagt, so, das war ja nix, dann, dann, nee, lass mich mit in Ruhe, ich möchte mir nichts zu tun haben, du bist nämlich kein Mensch mehr. Also, das Ende vom Original Speak No Evil, übrigens ein dänischer Film, ist wirklich hart, ähm, ich finde aber den Film halt eine Sache ganz spannend, ähm, ich finde, er funktioniert für einige Zeit durchaus auch als, er fasst schon sehr schwarze Komödie, ähm, zumindest wenn man es lustig findet, wenn Situationen entstehen, die einem selbst, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich unangenehm sind, weil man sich dann da fragt, wie würde ich da reagieren? Ähm, und, ja, das, das war eine Stärke, also, das Original, man merkt, das ist ein skandinavischer Film, weil die Skandinavia ist ja sehr gut hinbekommen, durchaus sehr bösen Humor, äh, in eine Handlung zu integrieren, ohne dass es aufgesetzt wird, das finde ich, haben sie beim Original sehr gut geschafft. Und man muss ja auch sagen, das Remake hat ja wirklich im Grunde die gleiche Story, also, es gibt Unterschiede, äh, da werden wir aber vielleicht in einem separaten Spoiler-Part, das werden wir dann, glaube ich, dann on the fly entscheiden, ob wir das machen, ein paar Unterschiede, aber die Grundhandlung ist, glaube ich, schon fast identisch. Ja, teilweise auch die Dialoge sind, äh, am Anfang zumindest eins zu eins, die gleichen, ein paar Sachen, dann fängt er irgendwann so ein bisschen an, dann fangen sich an die Gleise so ein bisschen voneinander weg zu bewegen, und dann immer so ein bisschen mehr, und dann wird's dann doch, doch sehr anders, kann man, glaube ich, sagen, ohne, ohne, dass man was verdirbt oder so, also, die, 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 der letzte Akt bei beiden Filmen ist komplett anders. Ja, ja, ähm, wer jetzt nicht weiß, über was wir genau reden, äh, Speak No Evil ist ein, ich nenne es mal jetzt einfach abgekürzt, ein Thriller, und, ähm, im Original spielen keine wirklich bekannten Darsteller, Darstellerinnen mit, weil es ein andernischer Film ist, und es geht um zwei Familien, die sich in einem Sommerurlaub kennenlernen, und die eine Familie lädt dann die andere ein, und das ist dann im Remake die Familie, die angeführt wird von James McAvoy als Paddy und seiner Frau Kiara, und die sind schon ein bisschen forsch, würde ich sagen, aber dann doch ganz nett, als dann aber die andere Familie, deren, äh, Darsteller da heißen McKenzie Davis als Louise und Scoot McNary als Ben, mit ihrer Tochter da halt ankommen, ähm, ja, entspinnen sich Situationen, die immer unangenehmer werden, und, was ich halt beim Original ganz spannend fand, das Original stellte ja auch dem Zuschauer immer so die Frage, wie würde man selbst reagieren, zum Beispiel ist es ja, ich glaube im Original ist es auch so, wie, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Original vor eineinhalb Jahren gesehen, also bei mir ist es schon ein bisschen mal fair, aber ich habe ja jetzt dich, ja, du bist ja perfekt vorbereitet, das lobe ich mir, ähm, es gibt ja diese Szene im Remake, wo sie sich halt das erste Mal bei, ähm, Paddy und Kiara dann treffen, und Paddy so eine Art, glaube ich, Gans gemacht hat, und dann halt eben Louise so ein Stückchen Gans anbietet, obwohl er eigentlich noch wissen könnte, vom letzten Urlaub bis sie Vegetarierin ist, und sie möchte es nicht ablehnen, weil es halt unfreundlich wäre, und ist das halt. Und das ist zum Beispiel so eine Szene, wo man sich, glaube ich, schon auch ertappt fühlt, wenn man sich denkt, so, ja, wie würde man selbst reagieren, denn er hat ja keine böse Absicht. Und das sind so Fragen, die kommen im Remake auch vor, ich finde aber, dass sie im Original irgendwie intensiver gestellt werden. Wie siehst du das? Ja, finde ich auch, und ich finde auch, die ganze Situation ist so ein bisschen, hm, ich fand es jetzt im Remake fast ein bisschen überdeutlich dazu, im Vergleich dazu, wie schön subtil das ist im Original. Im Remake sind die, die Paddy und und Kiara von Anfang an sehr ruppig und, und, ne, also die, die gehen denen auch erst mal so ein bisschen auf den Sack irgendwie, die sind laut, die machen, was sie wollen im Prinzip, aber versprühen dabei auch so eine, so eine Lockerheit und so eine Sorglosigkeit, von der ich vermute, dass sie das ist, wo, wo vor allem Ben, äh, also Scootman, McNary, der, der Papa von der besuchenden, äh, Familie dann drauf anspringt irgendwie. Und im Original habe ich es so in Erinnerung, dass das noch nicht ganz so klar war, dass die, ne, dass da zwei Welten aufeinanderprallen, so sehr deutlich irgendwie. Und, äh, wenn sie dann ankommen, dann fällt so ein bisschen der Hammer so ein bisschen, weil die wohnen halt auch anders, so stilistisch, ne, die, die, äh, die Dolphins sind im, ähm, im Remake, ähm, ne, die haben halt offensichtlich Geld, die sind, die haben angesehene Berufe, äh, die, die, das Leben ist augenscheinlich nach draußen, von der Fassade her, macht das was her, das ist voll in Ordnung. Und dann kommen die da halt hin und da ist es halt ein bisschen mehr down to earth, ne, nicht, nicht ganz so gehoben. Im Remake haben die halt so einen Hof, also so einen Bauernhof, finde ich auch einen guten Kontrast, ist aber einfach von der Wirkung her halt ganz anders als dieses, einfach dieses Häuschen, das sie da im Original haben, das auch irgendwie im Wald ist, also auch abgelegen. Rote Flagge, ne, ähm, aber das Original hatte, was, was ich ganz toll eingefangen fühlte, war so dieses Gefühl, was man früher als Kind hatte, wenn man irgendwie das erste Mal so beim Freund übernachtet und irgendwie, irgendwie fühlt man sich da so ein bisschen unwohl. Du kannst nicht so genau den Finger drauflegen, weil es ist nichts wirklich schlimm oder schrecklich, es ist einfach irgendwie anders und nicht, wie man es gewohnt ist und es ist nicht schön. Und man hat irgendwie so ein bisschen Heimweh und man, man möchte jetzt eigentlich lieber gerne umkehren, aber weil es nicht nett ist und man auch denkt so, jetzt reiß ich mal zusammen, äh, da macht man es dann doch. Und genau auf diese, ja, diese, diese kleinen Schwellen irgendwie spielt, spielt, spielen beide Filme an und diese Schwellen werden halt immer größer und diese Übergriffigkeiten werden auch immer irgendwie ein bisschen größer und ich finde, das Original macht das besser, vor allem, weil da auch mehr davon drin sind. Also ein paar Szenen, die fehlen im Remake einfach und ich fand, die hätte es gebraucht. Ich weiß nicht, ob du nicht dran erinnerst. Also ich finde, man merkt halt sehr deutlich, im Original ist es so, es wandelt sich zu einem Thriller und das macht es so perfides und ich finde, im Remake, das Remake wirkte auf mich seit Minute eins wie ein Thriller irgendwie. Das war für mich, glaube ich, da hinsichtlich der größte Unterschied. Ich muss ja auch sagen, dass zwischen Original und Remake gerade mal zwei Jahre sind und zwei Jahre sind im Filmgeschäft ein Witz, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also es muss ja wirklich tierisch schnell entschieden worden sein, das zu spielen, also das umzusetzen. Dann auch noch von Blumhouse, ich weiß nicht, ob du vertraut bist, was Blumhouse in letzter Zeit so rausgebracht hat, das waren auf jeden Fall keine großen Filme. Nö, die müssen auch irgendwie, glaube ich, nicht so, also nicht gut gelaufen sein anscheinend, weil sie jetzt auch im Logo nicht mehr sich Blumhouse nennen, sondern nur noch BH, so ein bisschen. Das machen wir schon immer. Das wirkte auf mich so ein bisschen, ah, okay. Die coolen Kids. Will man jetzt irgendwie ein bisschen dann doch den Namen vielleicht vertuschen. Ja. Ich muss aber sagen, ich finde eigentlich, also das muss ich, also das ist vor allererst, es hätte kein Remake benötigt. Nein. Ich glaube, man kann sagen, der Grund fürs Remake ist, weil es mehr Publikum geben soll, sprich englischsprachiges Publikum. Und ich weiß nicht, kennst du den niederländischen Thriller spurlos aus den 80ern? Uh, da klingelt was, aber nee, nicht präsent jetzt gerade. Es ist ein wirklich sehr sehenswerter Thriller, der auch ein Ende hat, was man nicht so schnell vergisst, aber auch ein Ende hat, was einen, ich sag mal so, nicht gerade mit einer guten Laune aus dem Kino entlässt. Und dieser Film wurde auch relativ schnell geremackt, übrigens zum gleichen Regisseur wie das Original. Und in dem Remake, in dem Jeff Bridges, Cleaver Sutherland und Sandra Bullock mitspielen, wurde das Ende komplett verhunzt. Und ich hatte jetzt einfach ein bisschen Angst bei Speak No Evil, dass sie es genau so machen werden. Und wir werden das jetzt nicht in Gänze aufdröseln, aber so viel sei gesagt, das Ende ist, da macht der Film wirklich einiges anders. Das Ende, ich würde es als massentauglicher bezeichnen. Ja, definitiv. Ich würde, ich würde es aber dennoch nicht als ununterhaltsam bezeichnen. Also das hat schon, also der Film hat bei mir am Ende nichts mit mir gemacht. Also wie du ja schon gesagt hast, beim Original, wenn man das guckt, das macht was mit einem. Bei Speak No Evil USA ist es so, du guckst dir das an, du hast im Kino vielleicht 100 Minuten eine gute Zeit, aber du gehst ja jetzt nicht raus und bist platt oder so, sondern einfach, du hast jetzt einfach einen Thriller gesehen. Und wenn man das, glaube ich, akzeptieren kann und nicht erwartet, dass das Remake in irgendeiner Art und Weise versucht, das Original zu übertrumpfen, finde ich, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil es darf weder zu positiv noch zu negativ klingen, finde ich den Film solide. Ja, ich bin mir nicht sicher, was ich gesagt hätte, wenn ich das Original nicht gesehen hätte. Ich finde ihn, ich finde solide ist fast schon ein bisschen zu positiv dafür, wie ich es empfunden habe. Es ist nicht schlecht auf jeden Fall und wie du sagst, es ist auch nicht ununterhaltsam. Es ist aber, wie du auch sagst, es macht mit einem gar nichts und es sind auch absolut keine Überraschungen drin. Also nichts, dass da was nicht in Ordnung ist, das ist das ganze Konzept von dem Film. Da wartet man die ganze Zeit drauf, wenn man dann rausfindet, was das ist und auch das läuft ein bisschen anders, dann ist das beim, na, vielleicht ist es bei beiden Filmen so ein bisschen eine gerade Schnur aufs Ende zu, aber die könnten nicht weiter auseinander sein, finde ich. Und deswegen würde ich auch, ich würde schon ein bisschen so weit gehen und sagen, der Neue verhunzt das Ende. Doch, ganz schön. Also der nimmt dem halt jeglichen Biss und alle Zähne sind gezogen, finde ich. Ich hatte halt den Vorteil, ich habe mit jemandem zusammengeguckt, der das Original nicht kannte und auch wirklich gar nicht wusste, worum es geht. Und der meinte zu mir, auch während des Films schon, als halt so ein paar, ich sag mal, Brotgruben gestreut worden sind, hat er sich, mein Kumpel, zu mir rübergebeugt und meinte, wetten, dass es so und so ist. Also der Film ist nicht besonders gut, seine Geheimnisse zu verbergen, aber stellenweise hatte ich das Gefühl, er will es auch gar nicht. Es geht mehr so darum, dass er, glaube ich, dir so als Köder hinlegt, wenn du das Original kennst, dass du halt wissen möchtest, okay, wie macht er es, welchen Weg geht er. Und wenn du das Original nicht kennst, willst du einfach wissen, okay, werden sie es schaffen oder werden sie es nicht schaffen. Ähm, das, wie gesagt, das ist, ich war halt selbst überrascht, dass ich da doch wirklich einigermaßen, ja, bespaßt aus dem Kino kam. Und ich glaube, einer der Hauptgründe, warum ich das Remake jetzt nicht als gescheitert empfunden habe, ist halt wirklich der Mann, mit wem das Remake jetzt auch wirklich allumfänglich umworben wird, nämlich mit James McAvoy, der hier, muss ich wirklich sagen, echt wieder zeigt, dass der Mann ein verdammt guter Schauspieler ist und vor allem halt auch, wenn er etwas, ja, bösere Rollen, etwas, nicht abartiger, aber Rollen spielt, die eine gewisse Tiefe haben, wo man selbst nicht weiß, wie tief ins Schwarze oder in die Finsternis es reingeht. Wie zum Beispiel jetzt bei Split. Und seine Figur des Paddy war auch wirklich für mich ganz klar der Grund, warum ich sagen würde, wenn ihr euch einen Thriller angucken wollt, jetzt demnächst im Kino, der euch nicht zu sehr fordert, aber der euch eine gute Zeit hat, ohne euch zu sehr, sag ich mal, zu beeinträchtigen seelisch, dann guckt euch Speak No Evil an, gerade eben, weil James McAvoy hier echt einen rausholt. Wie hast du James McAvoy in der Prüfung? Erklärt irgendwie zu viel, also über McAvoy erfährt man mehr als im Original, dann wird noch irgendwie so ein Konflikt zwischen das Hauptpärchen gestreut, was irgendwie auch die Sache eher schmälert und dann dachte ich schon, uh, das Ende wird wohl ein anderes sein, weil davon war im Original keine Spur und das ist halt auch wichtig dafür, dass da im Original keine Spur von ist. Ähm, und der Unterschied ist natürlich auch, also irgendwie, McAvoy, weiß ich nicht, ob der jetzt auch gerade wieder von einem, äh, irgendeiner Superheldenrolle kommt oder so, aber der Typ ist ja super baff immer noch irgendwie. Ähm, also der ist schon, der ist schon eine Nummer, der ist auch, der wirkt dadurch auch von Anfang an irgendwie ein bisschen bedrohlich und dadurch verliert er so ein bisschen diese wunderbare Banalität des Bösen, die der Schauspieler im Original hatte, der halt einfach nur Holländer war, was natürlich auch Abgründe einfach sofort. Ich bin jetzt rein, da kann ich sagen, das ist schon das Böse genug. Da weiß man es ja halt von Anfang an schon, aber er sieht halt, ne, nicht aus wie jemand, der, der dich jetzt sofort, äh, verprügeln könnte und McAvoy ist, ist von Anfang an, sieht man, oh, okay, äh, gegen den habe ich keine Chance. Ja, ich, ähm, ich, ja, ich fand halt, ja, er ist halt wirklich ein bisschen, also er ist schon eine Kante in dem Film, aber ich finde, das kam mir so vor, als ob sie das halt erst nach und nach enthüllen, also mir ist halt aufgefallen, gegen Ende des Films, ähm, trägt er immer, oder zeigen sie seine Arme zum Beispiel häufiger, da läuft er öfters mal im Unterhemd rum und zu Beginn hat er ein Hemd an oder so, ich finde, das war schon ganz gut gemacht, weil ich wirklich, es gab also einen Moment, äh, im Finale, wo ich wirklich dachte, Holla, also es ist mir gar nicht aufgefallen, wie, wie, also wirklich wie, wie aufgepumpt der, der, der gute Mann ist, den ich ja, wie gesagt, kennengelernt habe, da, ja, war er irgendwie noch so ein Ludatz und, äh, hat mit, äh, Angelina Jolie irgendwie, äh, Kugeln um die Kurven geschossen in Wanted zum Beispiel, ne, also das war schon, ähm, wo ich dir aber auch recht geben muss, äh, der von Scoot McNary gespielte Ben, ich mag, also die Schauspieler sind dann alle toll, aber das Drehbuch, ähm, finde ich, ah, das war mir auch zu viel erklärt, weil, es gibt halt immer diesen Moment, wo er immer mit sich selbst hadert und auch mit seiner Rolle als Vater und vor allem, dass er auch so unzufrieden ist und dann weißt du halt schon, wenn du halt so zweieinhalb Filme in deinem Leben gesehen hast, was da kommen wird und das ist auch so eine Sache, der Film vertraut dann doch ein bisschen sehr auf Schema F, da war das Original halt wirklich auch erbarmungsloser und bedingungsloser, aber wie gesagt, ähm, den hier, das Remake, kannst du glaube ich jedem zeigen, ja, der ist nicht so wild, beim Original würde ich sagen, puh, also wenn du da jemanden hast, der jetzt nicht so stabil ist, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Das, ja, auch die Stimmung ist halt eine ganz andere irgendwie, also ich fand das, das Original schon sehr oppressiv auch gefilmt, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das Original viel dunkler ist, das spielt viel mehr nachts und, äh, bei schummrigem Licht und, äh, das Remake macht so ein bisschen, so ein bisschen die Midsommertour, das bietet sich natürlich auch an, in der Toskana am Anfang und, äh, schöner Urlaub und so, und da ist es hell und sonnig, aber auch später auf dem Hof und so ist viel, viel Tageslicht und viel Sonne und das ist natürlich irgendwie ganz cool, weil, und typisch, das hat mir gefallen, das war dann im, im Original dann eher ein bisschen Standard, also Standard, ne, was man erwartet von einem, äh, düsteren Film war dann auch die düstere Optik, aber diese Stimmung, äh, äh, im Original war trotzdem, also, auch wenn die dann da ankommen und dann siehst du, äh, 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 ein bisschen, äh, vollständische Landschaft, also, quasi, du siehst nichts, außer, aus dem Horizont und, äh, irgendein Feld und es ist noch nichts passiert, was irgendwie unangenehm wäre oder, oder, äh, irgendwie drauf hinweist, dass, dass, äh, was für Twists und Turns dieser Film nehmen wird, außer einfach dieser Soundtrack, der, der volle Kanne Horrorfilm ist dann irgendwie in dem Moment, also auch nicht, äh, hier, äh, Hollywood, äh, Terror-Horrorfilm oder so, sondern so ein bisschen so die, weiß ich nicht, so ein bisschen die Lars von Trier Schiene, so ein bisschen, also, es ist einfach da schon super unangenehm, einfach durch die Stimmung und das macht das Remake ein bisschen anders, ja, da geht's auf Sonnenlicht und, äh, ja, funktioniert anders, aber funktioniert, also, das ist nicht was, was ich, äh, dem Film angreifen würde. Ja, außerdem hat das Remake E-Tour-Horrorfilm, ja, das ist richtig, das hast du auch nicht vergessen, ne, ne, das muss man auch da sagen, ähm, ansonsten, wie gesagt, ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr drauf eingehen, weil, ähm, das Ende ist halt anders, es ist Hollywoodeska, würde ich sagen und sie bringen noch eine Sache mit, die man jetzt auch so hinnehmen kann, die ich jetzt nicht wirklich überraschend fand, aber es war so für mich dann auch der größte Oh-Aha-Moment, als dann quasi noch eine andere Partei da plötzlich mitgemischt hat, ähm. Auch das, aber auch das fand ich nicht, das war, man merkte, man merkte halt, dass sie halt gedacht, so, 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 wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Action, also, dass noch ein bisschen mehr passiert, ne, ähm, und das, das gebe ich dem Film und, ähm, ich, es ist natürlich, es ist verständlich, dass ich das jetzt immer wieder vergleiche mit dem Original, aber ich saß halt da jetzt im Kino und dachte mir, okay, ich hab relativ schnell gemerkt, das Remake hat einen ganz anderen Ton als das Original, das Original hat dich so in Sicherheit gewogen, äh, um dir dann halt so hinten den Dolch reinzuschieben und dann noch ein paar mal umzudrehen, damit es richtig weh tut und das Remake ist halt einfach ein relativ, ist ein gut inszenierter, aber letztlich dann noch relativ überraschungsfreier Thriller, gut, wenn du halt das Original nicht kennst, dann wirst du vermutlich in den ersten 30 Minuten nicht fragen, ob drauf läuft es hinauf, hinaus meine ich, aber sobald die halt an diesem Landgut von, äh, hier, äh, Patty und Chiara ankommen, dauert es nochmal zwei Minuten und dann ist dir relativ klar, worauf es hinausläuft, aber der Regisseur James Watkins, die übrigens auch Eden Lake gedreht hat, also, und der ist ja auch ein Film, da gehst du ja auch nicht gerade raus und hast eine gute Stimmung, ne, deswegen war ich echt positiver Dinge, äh, Eden Lake ist halt auch, ja, auch so ein Gut-Punch irgendwie, ne, und, äh, das fehlt hier so ein bisschen. Ja, also, also, wenn, dieses Remake, sag ich ganz kurz ehrlich, das wird eurem Gut nicht punchen, äh, wenn ihr bei diesem Film ins Kino geht und euren Gut punchen wollt, dann fresst Popcorn und Nachos, aber der Film an sich wird, wird eurem Magen, glaube ich, nichts anhaben, außer natürlich, ihr seid wirklich extrem empfindlich und, äh, seit dem Spannungskino nicht zugetragen, dann könnte Speak No Evil, glaube ich, schon so ein bisschen, ja, will ich sagen, Mutprobe sein, aber euch vielleicht ein bisschen herausfordern, aber, seht's mal so, der Rino ist jetzt, glaube ich, auch nicht Captain Hardcore und der hat das Original jetzt gesehen und dann das Remake und der hat's auch überstanden, oder? Ja. Oder geht's jetzt in Therapie? Nee, keine Therapie. Du bist echt knallhart, du bist echt knallhart. Ja. Ähm, ansonsten, was ich noch anmerken möchte, wir haben hier auch zwei Kinderdarsteller, äh, Dan Yu als Ant und Alex West-Levelas, da heißt die Gute als Agnes und da ist es ja eine Sache, die möchte ich mal kurz, also, da würde mich deine Meinung interessieren, es gibt ja wirklich eine Sache, die dem Original vorgeworfen wird und das kann man auch wirklich vorwerfen, nämlich, ich bin kein Logik-Fetischist, aber es gab beim Original auch wirklich so einen Moment, wo ich dachte, Leute, haut doch einfach an. Und dann, ich sag nur ein, ein Stichwort, Plüschtier, ja? Und ich finde tatsächlich, im Remake machen sie es nicht eleganter, aber beim Remake, finde ich, machen sie es besser. Nee, fand ich nicht. Weil dieses Plüschtier im Remake, findest du nicht okay? Aus einem bestimmten Grund, aber ich weiß nicht, ob ich, ob man das, äh, na, es geht ja dann darum, dass sie, was dem Remake auch nicht gut tut, ist, dass sie kinder älter sind als im Original, ähm, was halt, äh, das heißt, dieses Mädchen ist elf und hat halt ihr, ihr Plüschhasi, was ihr ganz, ganz wichtig ist, das kann ich total verstehen und die Eltern wollen sie ja aber auch so langsam so ein bisschen abnabeln von dem Vieh und dann gibt's eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, so, jetzt ziehen wir es durch und dann zieh sie es nicht durch. Ja, aber zum einen unterstreichen es halt einfach nochmal die, in Anführungszeichen, Unmännlichkeit, ähm, von Ben. Ja, natürlich. Und halt eben, weil, glaube ich, auch im Film dann gesagt wird, dass dieses Kind halt paar, ich sag's mal, psychologische Probleme hat und dieser Hase für sie halt sehr, sehr wichtig ist, ja? Ähm, wie gesagt, ich sage nicht, dass es elegant ist, das ist auf gar keinen Fall, aber es hat mich weniger gestört als im Original. Im Original, wobei ich mich dann natürlich auch die Frage stellen muss, hat es mich weniger gestört, weil ich weiß, dass es kommt. Ja, das war nicht, das war tatsächlich nicht super elegant, ähm, Original, aber ich fand's da eher nachvollziehbar, dass sie halt machen, was sie machen und im Remake fand ich, nach allem, was du jetzt weißt, äh, nee, das hätten, hätten sie, naja, hätten sie nicht machen sollen, was sie dann machen, aber das ist bei beiden Filmen der Fall. Nur finde ich's im, im Ersten, äh, konnte ich's eher nachvollziehen. Ja, man muss auch dazu sagen, der Rino und auch ich, wir waren halt einfach knallhart, wir haben in zwei Jahren schon gesagt, Mutter, tu diese scheiß Stofftür weg, gib uns eine Stahlstappe. Ja, wenn du wüsstest, ich glaub, die, die, ich hatte auch einen Plüschhasen, den gibt's auch tatsächlich noch, den hab ich auch mal verloren. Den haben wir dann aber zum Glück wiedergefunden, der lag dann, äh, vom, vom Haus auf dem Mittelstreifen von der Straße, ich glaub, der wollte, der wollte auch, der wollte mich umbringen oder so, der wollte, dass ich überfahren werde, aber hat er nicht geschafft. Und jetzt hab ich ihn immer noch. Wow, das ist ein toller Podcast hier, wir besprechen quasi zwei Filme und es gibt noch eine super Plüschte-Anekdote, alles in allem, das ist super. Ähm, mein Lieber, ich hab auf meinem imaginären Zettel im Grunde nichts mehr weiter stehen, wenn du willst. Ja, fände ich ganz gut, weil ich noch so ein bisschen was hätte, wo ich, wo ich, äh, gern wissen würde, wie du das siehst. Aber da müssen wir, da müssen wir einmal, äh, Spoiler abwarten, weil ich fand den ersten, also das, das Original wahrscheinlich hat mir auch vor allem so gut gefallen, weil ich vorher wirklich gar nichts drüber wusste, außer, äh, dass die Leute gesagt haben, hm, fängt nett an und dann macht dich auf was gefasst. Und mit der, äh, Erwartungshaltung ist das dann, kriegt man halt auch was geliefert und das macht Bars irgendwie versuchen rauszukriegen, was jetzt hier eigentlich los ist. Deswegen, ich würd sagen, je weniger ihr drüber wisst, umso besser. Ich weiß nicht, der, der, der Remake-Trailer, der ist eigentlich in Ordnung, der verrät jetzt nicht, hm, irre viel. Ich würd sagen, verzicht, wenn euch, wenn euch der Film interessiert, ich würd sagen, verzichtet auch auf den Trailer. Ja, und, und geht einfach rein und, und guckt euch den an. Ja, ihr könnt den Film, äh, ab dem 19. September in den deutschen Kinos sehen und der läuft auch im Programm des Fantasy Film Fest. Ich glaube, wenn der dann startet, läuft der, wie gesagt, dann auch im Fantasy Film Fest in einigen Städten noch, da müsst ihr euch einfach informieren. Ähm, übrigens, der Film hat eine FSK-Freigabe ab 16, genau, glaub ich, wie das Original. Echt? Ja, der sich immer ein bisschen verwundert hat, aber, man muss aber auch sagen, dass das, das, das Remake ist, schon hat ein paar Gewaltspitzen, aber ist es bei weitem nicht psychologisch so brutal wie das Original. Genau, und für, für Emotional Damage gibt es keine FSK, genau. Ja, genau, Emotional Damage käme in Deutschland nicht, das, das ist, das ist uns fremd. Ähm, mein Lieber, wir machen es wie folgt, wir geben jetzt einfach jeder schnell ein kleines, kurzes Fazit ab, damit die Leute, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, zumindest nochmal grob wissen, wo wir bei dem Film stehen. Und dann können wir gerne noch einen Spoiler-Part machen, klingt das nach einem Deal für dich. Gut, dann fange ich mal mit meinem kurzen, knappen Fazit, kann man machen. Also, es ist jetzt kein Film, der irgendwelche Bäume ausreißt, aber ich habe schon schlechtere Remakes gesehen, aber auch bessere. Das Remake, da muss ich ehrlich sein, es traut sich nicht, es traut sich weder dem Original so eng zu bleiben, dass es dann auch so einen Punch hat zum Schluss. Es geht aber dann auch nicht konsequent neue Wege, dass ich sage, wow, das fühlt sich an wie ein komplett neuer Film. Es macht aber alles in allem, ja, man hat eine gute Zeit. 100 Minuten, solides Schiller-Kino mit einer guten Besetzung, allen voran James McAvoy, kann man machen, muss man nicht. Wenn euch der Film interessiert, guckt euch den gerne an, weil Kino geht immer und von daher, von mir eine, ja, ich sage mal, leichte Empfehlung. Ich will ehrlich sagen, ich habe wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet und so wurde es dann einfach nur ein solider Zeitvertreib für einen Genre-Film, der, ja, der, ich würde ihn, ich glaube, bei Letterboxd habe ich einen 3. von 5 gegeben und das sind knappe 3 von 5, es geht mehr in die Richtung zweieinhalb, aber wie gesagt, ich war dann doch fast schon positiv überrascht und meine Begleitung, die, wie gesagt, das Original nicht gekannt hat, fand ihn tatsächlich sehr unterhaltsam. Das ist auch kein Kinogänger, der jetzt dem Thriller-Genre so zugetan ist, deswegen würde ich sagen, wenn ihr Hardcore-Genre-Fans seid, ist der Film vermutlich eher eine Enttäuschung, aber wenn ihr mehr so das Team, ich gucke mir manchmal Tatort an, das reicht mir dann auch, dann dürfte dieser Thriller für euch wirklich, ja, Anspannung pur bieten und dann wünsche ich euch viel Spaß im Kino. Reo, deine Meinung bitte zu spüren. Ja, das deckt sich eigentlich ganz gut mit mir, außer, dass ich halt durch den direkten Vergleich mit dem Original von Remake eher der Meinung bin, wenn ihr euch einen von den beiden anschaut und was sehen, euch was zutraut, was halt auch wirklich was mit euch macht und was halt vielleicht auch nicht unbedingt nur eine gute Zeit ist, aber dafür wirklich was bewegt und auch was anders macht, als man es sonst so kennt, dann würde ich sagen, guckt euch lieber das Original an. Ich fand, das ist der bessere Film, ich fand auch auf einer Meta-Ebene ist der besser, aber wie es du sagst, er ist unterhaltsam, das Remake, die Schauspieler sind prima, es ist kompetent gemacht und der Kern der Story an und für sich ist ja mehr oder weniger der gleiche und das ist eigentlich schon ganz interessant, von daher auch so eine lauwarme Empfehlung fürs Remake, aber eine definitive Empfehlung fürs Original. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier mit dir das Fazit abgehandelt und das heißt, wir werden jetzt spoilern und hier schon mal die Warnung, wir spoilern vermutlich jetzt auch das Original gleich mit, deswegen ihr seid gewarnt, Spoiler-Bereich beginnt in drei Metern, zwei Metern, ein Metern und wir sind drin. Speak no Spoiler ist hier mit Geschichte. Okay, Rino, bitte, worüber möchtest du reden? Problem, was ich halt mit dem Remake habe, ist erstens, dass ein paar von diesen, also es geht ja darum, dass diese kleinen Übergriffigkeiten, die da immer stattfinden, die werden eigentlich immer ein bisschen mehr und immer ist irgendwo, glaubt man, der Punkt erreicht, weil man sagt, so bis hierher und nicht weiter, es reicht. Und im Original sind das so, bevor sie den ersten Versuch umzukehren machen, beziehungsweise wegzufahren einfach machen, da läppern sich so ein paar mehr von diesen kleinen Sachen und das Remake über erklärt die dann auch so ein bisschen. Also die Szene, wo sie duschen geht und er dann einfach reinkommt, die fehlt. Die Szene, wo sie essen gehen, die wird auch irgendwie, der wird vorher schon die Luft rausgelassen, weil im Original gehen sie halt, sagen sie so, wir gehen jetzt essen und dann erst ist die erste Übergriffigkeit und Enttäuschung ist, dass die jetzt entschieden haben, dass die Kinder nicht dabei sind und der Babysitter auf die aufpasst. Das lassen die dann mit sich machen und dann fahren sie dann da trotzdem hin. Und die zweite ist dann, dass es halt überhaupt kein richtiges Restaurant ist in dem Sinne, sondern irgendeine Kaschemme, wo halt der versoffene Wirt kocht, obwohl der das mit Sicherheit sehr, sehr gut macht anscheinend. Aber da sind halt auch keine anderen Leute und das ist auch wieder so eine Isolationsgeschichte und so eine Trostlosigkeit. Und im Remake, da fahren sie da halt hin und dann erklärt Paddy denen vorher, ja, das ist übrigens hier nicht erschreckend, da ist sonst keiner und das macht der und der. Und das fand ich, ah, und das macht er die ganze Zeit, dass er das übererklärt irgendwie. Ja, das mit dem Restaurant fand ich tatsächlich noch okay gelöst, weil ich dachte, es machte für mich irgendwie Sinn, da wo sie halt gerade in Schottland oder Irland oder wo immer diese sind, das macht halt für mich irgendwie Sinn, weil das durchaus da wohl gar ungebe ist, dass es diese kleinen, fast schon, ja, geheimen Restaurants gibt, wo halt eben so irgendwie, ne. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte halt einfach da schon für mich begriffen, dass ich das gar nicht erst erwarten muss, dass der Film da halt einfach nicht skandinavisch genug ist. Ja, aber das Problem ist ja, der Kernsatz von dem Film, also die Kernantwort im Prinzip, die ja auch im Film gegeben wird, auch die Frage, warum macht ihr das, ist, na, weil ihr uns das, weil ihr uns gelassen habt im Prinzip. Und die, finde ich, funktioniert im Remake gar nicht so richtig, dadurch, dass die Szenen fehlen und dadurch, dass sie auch mehr halt den anderen erklären, was jetzt gerade passiert und warum sie das machen und das nicht einfach tun. Und ich fände das, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht daran liegt, weil es vielleicht einfach eine, in anderen Zeichen, eine amerikanischere Sicht auf die Sache ist. Ich denke, das merkt man, glaube ich, schon, weil es da wirklich auch, es gibt halt Szenen, wo ich mir auch gewünscht hätte, geht nochmal ein bisschen mehr rein, ja, weil das Original wirklich ja sehr vehement, das immer weiter erhöht und erhöht und erhöht und erhöht und erhöht, bis es dann irgendwann auch nicht mehr amüsant ist, ja. Ja, und im Remake fehlt dem Ganzen. Ich glaube tatsächlich, was sie versucht haben, ist, sie lassen es ein bisschen sein, weil sie einfach wissen, wir haben Donald McEvoy, der, das haben wir auch schon im Nicht-Spoiler-Part gesagt, einfach eine ganz andere Ausstrahlung hat als der Holländer. Absolut. Im Original. Ich kann schon verstehen, was du meinst, ich gebe dir da auch vollumfänglich recht, aber mir war es einfach so, nach, glaube ich, einer halben Stunde war mir klar, ich muss damit gar nicht mehr rechnen. Da war mir schon klar, glaube ich, wohin die Reise geht. Da war für mich einfach noch die Frage, die wirklich essentiell war, was machen sie mit dem Ende, weil ich mir wirklich nicht vorstellen konnte, selbst bei so einer, ich sag mal, Independent-Schmiele wie Blumhouse, wobei der Film jetzt auch von Universal kommt, ähm, dass die das gleiche Ende durchziehen wie im Original. Nee, das war ich auch, war ich auch ehleitig sicher auch, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, dass sie das, dass sie sich das nicht trauen, glaube ich. Für diejenigen, die jetzt immer noch zuhören und das Original nicht kennen, aber sich auch denken, wisst ihr was, ich will es mir auch gar nicht angucken, weil ich gucke keine dänischen Filme, äh, kurz erklärt, im Original endet es so, dass das, ich nenne es mal das Mörderpärchen, ähm, halt, äh, die, die Tochter ist es für diesmal, ne, im Original, ist es eine Tochter, ne? Ja, ja, dass der Tochter halt die Zunge rausgeschnitten wird, und das sieht man auch, und die Eltern werden entkleidet und dann in so eine Art Kiesgrube zurückholen. Richtig, und diese Szene mit der Kiesgrube wird auch vorher etabliert, und die ist wichtig, und die ist im Remake auch irgendwie drin, und weil diese Endszene da aber nicht mehr passiert, ist diese Szene überflüssig. Richtig, und ist aber trotzdem da, und da habe ich auch gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, weil, äh, im Original fahren sie ja vorher einmal, die beiden Männer, äh, fahren mit dem Auto diese Kiesgrube raus, und dann, äh, lassen sie mal so richtig die Luft raus, und, und schreien einfach ins Nichts, wo einen keiner hört. Das ist wichtig, dass einen da keiner hört, und das sieht man, das ist auch wirklich gut umgesetzt im Original, weil sie da erst in Nahaufnahme sind, und, und, äh, einfach in, in, in die Luft hinausschreien, und dann kommt so ein White Shot plötzlich, und man sieht die da von Weitem stehen, und du hörst sie fast gar nicht mehr. Und das Original kopiert diesen Shot, äh, das Remake kopiert diesen Shot, äh, aber macht diesen Audiotrick nicht, also man hört sie dann irgendwie trotzdem, und da ist dann schon, okay, da ist, da geht grad was verloren, was richtig, richtig gut war im Original, und, und das findet jetzt nicht mehr statt hier im Remake. Und deswegen, ja, und was man eben auch noch sagen muss, das hab ich, glaube ich, noch vergessen, ähm, ist es so, dieses Killerpärchen tötet halt immer eine Familie, und, äh, nimmt dann immer das Kind, und macht es halt so quasi mundtot, und dem ist die Zunge rausschneidet, und fährt dann mit dem, mit dem neuen Kind, äh, immer in den Urlaub, und sucht da durch Kontakte mit anderen Pärchen. Und sobald sie ein neues Kind haben, wird das alte Kind quasi entsorgt. Ähm, und im Original, ähm, im Remake ist es halt so, dass, ja, es kommt so eine Art Kampf, so eine Art Belagerungskampf im Haus, und dieser eine Koch, dieser betrogene Wirt, den du grad erwähnt hast, kommt halt raus, dass der halt eben mit diesem Killerpärchen zusammenarbeitet, was vom Film so ein bisschen als, also nicht als großer, aber schon als kleiner Reveal aufgebaut wird. Aber auf der anderen Seite denkt man sich so, ja, aber seitdem die in, in Schottland oder Irland unterwegs sind, gibt es ja nur die beiden Familien und diesen Wirt, und, äh, der, der wird da nochmal auftauchen, das ist relativ, also ich hab, war jetzt nicht überrascht, oder was? Nee, überrascht nicht, das war ja auch im Original, hatten sie ja auch den Helfer, da war es dann, äh, der, der Babysitter, der aber wirklich nur kurz auftaucht irgendwie, und alles, was, warum der jetzt da mit dabei ist, ist halt eine Implikation, die schrecklicher wird, je länger man drüber nachdenkt. Im, im Remake ist das, der, der, der kommt dann halt und hilft denen, und der hat dabei irgendwie, äh, irgendwie weiß der, was da los ist, aber der, der hat dann auch irgendwie so ein bisschen Einwände, und es ist so nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes, ich weiß nicht, ich fand das, und dann werden natürlich die Knarren rausgeholt, und da muss noch geballert werden, und Pistolen, und was weiß ich. Und, was halt, und natürlich gibt's die Szenen, wo Ben dann über sich hinaus wachsen muss, und so, was ist, alles klar. Was ich halt interessant finde, das Original baut halt so eine Stimmung auf, dass du halt dir irgendwann wirklich wünschst, dass jetzt der Moment kommt, ähm, dass die in Anführungszeichen Guten zurückschlagen, so, so eine Art von Moment, die dir auch jetzt zum Beispiel bei Michael Haneckes von den Games gewünscht hat. Auch ein Film, der ein Remake von sich selber quasi direkt danach gekriegt hat, ne? Genau, aber der quasi sich einfach nur eins zu eins kopiert, deswegen, äh, hat der eine, sag ich mal, ähnliche Stimmung, ähm, und was ich halt krass finde, das Original, äh, baut diese Stimmung auf, dass du dir so sehr wünschst, dass jetzt dieser Moment kommt, in dem jetzt die, 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 die Opferfamilie einfach sich ein Gewehr nimmt, alle wegpustet und in den Sonnenuntergang leitet, ja? Ja, das wünschst du dir. Was ich, was ich jetzt, also, nicht famos, aber was ich interessant fand, beim Remake war es jetzt so, ich hatte nie dieses Gefühl so, und jetzt, jetzt erhebt sich die Opferfamilie und zeigt's dir mal richtig. Das war irgendwie nie bei mir drin, weil, ich weiß auch nicht, vielleicht, weil ich geahnt habe, dass es sowieso kommt, oder halt eben, weil dieser Druck, den der Film aufbaut auf den Zuschauer, dieser psychologische Druck, gar nicht so sehr stattfindet. Ja, und, naja, also, ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast beim, beim Original, nachdem der jetzt zu Ende war dann, ne, und da hab ich ja auch ein bisschen an mir gezweifelt und gedacht, war das jetzt zu viel, was, was war der Sinn der Sache, wenn die da am Ende, äh, ne, einfach auf brutalste Art und Weise gesteinigt werden, äh, und das ist dann der Schluss, äh, wozu, wozu das Ganze, warum, warum machen die das, weiß ich nicht, hast du, was hast du da rausgezogen, so als, äh, weiß ich nicht, wo, vielleicht, wofür das steht, oder, äh, hast du da irgendwie dir Gedanken gemacht, oder, oder hat dir das gereicht? Ich hab halt vom Regisseur des Originals halt mal so ein Statement gehört, dass er es halt die, die Frage einfach spannend fand, wie weit gehen wir, bis wir halt sagen, stopp, es reicht mir jetzt. Ja, weil die ja wirklich konsequent, äh, übergriffig sind und ganz klar auch Grenzen überschreiten, aber wir werden ja teilweise, oder wurden teilweise überzogen, dass wir immer nett und freundlich sein sollten oder müssen, ähm, und wie gesagt, wenn, das siehst du ja auch im, 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 hier mit dem, mit dem, mit dem Gänsebraten, im Remake, ne, ähm, und ich, ich glaube einfach, dass es vielleicht so eine Art, auch eine Herausforderung sein soll fürs Publikum, ähm, ähm, weil er ja quasi dasselbe macht, er ist ja, der, der Film, das Original ist ja auch übergriffig in dem Moment, indem es ja einfach Sachen zeigt, die einfach unschön sind, also, wenn halt, äh, hier das Kind im Original die Zunge rausgeschnitten bekommt, das ist halt einfach grausam, das ist jetzt, sag ich mal, jetzt kein Splatterfest oder so, aber das geht halt schon tief, das ist ein sehr unangenehmer Moment, vor allem auch, weil der Film hier, der davor auch immer wieder Momente serviert, wo man eigentlich sagt, oder, ihr habt doch jetzt die Chance gehabt, abzuhören, warum tut ihr es denn nicht, ja, oder warum greift ihr denn nicht ein, weil, äh, mal auf gut Deutsch gesagt, der Vater ist halt einfach ein Lappen. Und dann bei, bei der Mutter kommen dann halt so diese, diese Selbstzweifel auch immer irgendwie so ein bisschen dazu, so, weil sie, sie erklären es dann ja irgendwie auch gut, ah, aber wir haben es ja ganz gut gemeint eigentlich und wir sind, sorry, wir haben halt nicht so eine große Hütte wie ihr jetzt vielleicht, deswegen muss die Tochter jetzt da auf dem Boden schlafen, auf, auf der Matratze und so und dann kommen bei ihr die Selbstzweifel und da verstehe ich das halt in dem Moment auch, also ich denke, man denkt immer, geht, geht, geht und, äh, man versteht aber, warum sie es so ein bisschen mit sich machen lassen und dieser Satz, ihr habt uns das einfach machen lassen, der, der haut auch dollerein, finde ich, vor allem, weil, ähm, jetzt in der Bildsprache, im Original, da entdeckt der Vater dann diesen Schuppen mit den ganzen Koffern drin von den vorherigen, äh, Pärchen und dann, also die Szene, Und auch die danach, wo sie dann im Steinbruch sind und denen komplett ausgeliefert sind und ja auch gar keinen Versuch machen, sich zu werden und dann auch noch gedemütigt werden, indem sie sich ausziehen müssen, da musste ich so ein bisschen an Konzentrationslager und sowas denken. Und auf der Ebene habe ich das Gefühl, kann der Film auch so ein bisschen als politische Allegorie irgendwie dastehen, sodass man, dass da auch aktuell immer mehr so Grenzüberschreitungen passieren, die erlauben sich immer irgendwie ein bisschen mehr und je mehr wir das zulassen, bevor wir sagen Stopp, Halt bis hierhin und nicht weiter, ist es dann irgendwann vielleicht auch einfach zu spät und dann fallen die Masken und dann geht es nicht gut aus im Prinzip. Und auf der Ebene habe ich dann das Original so ein bisschen, dem so ein bisschen einen Sinn geben können, mit dem ich dann einigermaßen zufrieden war und dachte, ja doch, das ist eigentlich ein ganz guter Gedanke, der funktioniert halt im Remake dann nicht mehr, der ist komplett weg und das hat mich auch dann einfach ein bisschen gestört, dass diese Extraebene, ob ich mir sie einbilde oder nicht, ich habe ein bisschen gegoogelt, ich habe zumindest den Begriff politische Allegorie gesehen, im Zusammenhang mit dem Film, also ich bin nicht der Einzige, dem es auffällt, aber im Remake ist davon halt keine Spur mehr. Ja, also was so den analytischen und interpretativen Mehrwert angeht, ist das Original, was halt in Holland teilweise spielt, hat die Landschaft dann eher von Schottland und das Remake, was in Schottland spielt, hat eher da die Landschaft von Holland, also ist eher flach, so kann man es vielleicht zusammenfassen, ja. Ja, ich gebe dir da halt vollumfanglich recht, ich will dir aber nochmal wiederholen, ich hatte mit dem Remake eine gute Zeit, aber so viel sei nochmal gesagt, ey, das ist auch ein Film, in einer Woche kräht danach auch kein Hahn mehr. Nee, das stimmt, das ist halt ein bisschen schade, weil ich hätte mich gefragt, was irgendwie so ein bisschen, vielleicht hätte der ein bisschen Wellen schlagen können in der Presse, wenn der das Ende irgendwie, er muss es ja auch nicht genau nehmen, aber ich sehe auch nicht, wie der Film mit James McEwen, wie der das hätte machen wollen. Ja, was ich halt total interessant finde, pass auf, ich mache ja seit einiger Zeit diesen wunderschönen Podcast, Schocker mit Schlogger, mit meiner werten Kollegin Schlogger, die kennst du natürlich auch, weil ihr glaube ich beide auch in der gleichen Illustration-Bubble unterwegs seid, ja, und als wir damit angefangen haben, hat mir die werte Schlogger gesagt, ja, bitte versuch mir Horrorfilme rauszusuchen, in denen halt Kinder nicht zu Schaden kommen. Und meine Reaktion war so, ja, aber ganz ehrlich, die meisten Horrorfilme, also ganz ehrlich, Kindern passiert in den Horrorfilmen nie was, aber seitdem ich dieses Format mit ihr mache, fällt mir irgendwie auf, dass ich unbeabsichtigt immer auf Filme raussuche, in denen Minimum ein Kind drauf geht. Und dann dachte ich mir so, hey, okay, aber wenn man das halt als Elternteil nicht abhaben kann, was ich ja verstehen kann, würde ich schon eher sagen, guckt euch lieber halt das Remake an, als das Original. Weil ich glaube tatsächlich, dass bei Hollywood es dann schon anders abgeht. Also, da kannst du halt so eine Szene, dass du mal einem Kind die Zunge rausstellst, glaube ich, das kriegst du nicht so einfach durch, glaube ich, als jetzt so dernischer Film. Ich weiß es nicht. Aber mal zum Vergleich, dieser, ich glaube, das war ein schwedischer Film, The Innocence, der auch großartig ist. Wenn es davon jemals ein Hollywood-Remake geben wird, dann bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, das wird dann auch nicht funktionieren, weil auch dieser, ja, der Gut-Punch einfach fehlt. Okay, packe ich den mal auf die Liste. Wie gesagt, es ist noch nichts geplant, dass die The Innocence Remaken. Ich hoffe, das kommt auch nicht, weil ich, weil, naja, gut. Mein Lieber, ich glaube, wir haben alles zu Speak No Evil gesagt und haben gar nicht mal so evil über das Remake geredet. Das ist doch gut. Nein, ein Verriss soll es nicht werden. Das, das auf keinen Fall. Bevor wir uns dann noch umentscheiden und doch noch einen Verriss draus machen, würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende und das leite ich einem mit den obligatorischen Worten von vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Wir haben auch eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de und wir haben auch seit längerer Zeit einen Discord-Community-Server, einfach tele-stammtisch, ja, slash Discord. Da könnt ihr mit uns philosophieren, könnt ihr mit uns plaudern, könnt ihr mit uns diskutieren über Filme, über Serien, alt, neu, vollkommen egal und natürlich auch Feedback geben oder einfach nur Quatsch machen. Was ihr wollt, kommt gerne vorbei. Wir warten auf euch und es sind schon ein, ja, nicht ein paar, viele Leute schon beigetreten und wir haben eine gute Zeit. Der Rino ist übrigens auch da, ja, also, falls es da draußen Rino-Fans gibt, ne, Discord. Gut, ich sage vielen Dank fürs Zuhören nochmal, sage tschüss und Rino, dir gebührt das letzte Wort. Ne, ich sage auch nicht mehr viel, äh, schneid mir jetzt die Zunge ab und, äh, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, danke, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.